Haben Sie mal mit einem T-Shirt geschenkt, einem Horst-Bach-T-Shirt? Ja, ja, ich habe ihm ein Horst-Bach-T-Shirt geschenkt, jetzt, oh mein Gott, er freut sich so, wie er rumläuft und sich freut. Oh, ich meine, es geht an das Herz aus Williams. Dieser Mann und ich, wir sind so gute Freunde. Hey, look, look, it's him! You're my hero! Would you sign my shirt, man? Would you sign... Also, er sollte jetzt hier sein, das Hemd unterschreiben und Autogramm draus machen. Oh, this is wonderful! Ja, you can't see it right, but if you wash it, it will come. Oh, thank you so much, you good-looking thing, that's what an honor to be. Wie die beiden. He's my friend, he's honest, unlike you, you stinkin' American. You, you're an Ameri... Ich übersetze das, stinkender Amerikaner. I tell me, ugly American, the ugly American. Hässliche Amerikaner, go ahead. Give America a bad name, give America a bad name. Go ahead, stinkend, ugly... Stinkender Amerikan. You're the type of guy, they're gonna put the wall back up, of course to you, my man. Ja, was ich gesagt habe, dieser Mann ist der Grund dafür, dass die Mauer wieder aufgebaut wird in Berlin. Ja, sondern homo minerior. Homo minor. Ja, liebe Zuschauer, liebe Zuschauer... No, no, stay here. I gotta go. Stan Hansen, Stan Hansen, let's... Oh, he's crazy. Yeah, but he's a friend of you, everybody's team. He's not friend of nobody's, he doesn't like it, he's crazy, don't go close, he's bitch tobacco and everything. Uh, Mr., Mr. Dangerously, don't, don't you... I gotta go, I gotta go. Don't you have a five right now? Yeah, me mark, six foot nine, I gotta go. I gotta go. Me mark, me mark, tell us, please tell us about me mark. Me mark, he's six foot nine, he's 333 pounds, he could break the... Boom, and the wall would come right down, brother. I gotta go, here's a match, what, what, what? Don't wear that t-shirt out there. I have to... No, no, he's my friend. Why don't I... Okay, zum nächsten Kampf, me mark, come on! ...ausgereicht, diesen Mann vollkommen zu paralysieren. Es gelähmt. Me mark, alles geht als Gewinner aus diesem Kampf hervor, und jetzt, liebe Zuschauer, haben wir die Main Event, also unseren Hauptkampf des heutigen Abends. Und jetzt wird der Rock'n'Roll Express gegen Simone Swat Team, Simone Swat Team früher gemanagt von Pauli Danishly. Paul, you used to manage the Simone Swat Team, Volkswagen. Ja, das ist die richtige Antwort für so eine dumme Frage. Jeder weiß das, was wir uns vor dem Team gemanagt hat. Jeder weiß es. Da fragen sie noch dumm. No, Volkswagen. Volkswagen. Yeah, Volkswagen. Volkswagen. Yeah, Volkswagen. Volkswagen is right. Volkswagen is dumb, stupid and wrong. That's right, you know, it's like, it's like, the Rock'n'Roll Express is like a little Volkswagen. Just a tiny little, oh, just a tiny little fella, you know. And here comes along the Samoan Swat Team. The Mercedes-Benz of professional wrestling. It's going to be like a head-on collision. No, not Mercedes-Benz. The Orient Express. Orient Express. Yeah. Choo, 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 choo. Here's a little Volkswagen. Choo, choo. Here's a little Volkswagen. Choo. Bam. Like your hair just falls all apart. You know what I'm saying? And it's all over. Let's see. The viewers are Samoan Swat Team against Rock'n'Roll Express. Unentschieden zwischen Rock'n'Roll Express und Samoan Swat Team. Also, thank you, Dean. Paul, it's time to... Einstein. 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 Understand that? Einstein. Einstein. Yeah, ein Stein. Er hat einen Stein im Kopf, weil ich glaube, ich hatte gesagt, jetzt gerade. Talk, I'll come back next week. Sie sind nicht komisch, Williams. This was the last show, I'm sorry. This is it? This is it. You two are going to say goodbye. Das war's. Die müssen sich füreinander verabschieden. Das war die letzte Sendung mit Paul, die Dangerously. The T-Shirt. You can hold my T-Shirt. I'll wear it everywhere. Yeah. Goodbye, Paul. Oh, ruhen des... Weine nicht. Okay, come on, Paulie. Paul, weinen Sie nicht, Paul. Liebe Zuschauer, wir müssen uns verabschieden. Es ist peinlich. Oh, go! Bis nächste Woche, liebe Zuschauer. Tschüss. He touches me. He doesn't have to go! Goodbye, Paul. Goodbye. Goodbye. Let me just say this.